So, hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wie du siehst, ich bin unterwegs, habe aber jetzt noch Zeit, dieses Video aufzunehmen, in dem es wirklich darum geht, dir nochmal ganz sonnenklar zu machen, dass das, was du manifestierst, ja schon vor deiner Tür steht, ja eigentlich schon da ist. Nur machst du gewisse Fehler, respektive machst du gewisse Dinge nicht so, wie du sie tun solltest. Und wenn du das veränderst, dann kann ich dir versprechen, dauert es nicht lange und das, was du haben möchtest, was du manifestieren möchtest, wird für dich in der Welt der realen Dinge auch sichtbar sein. Ja, ganz genau, alles entsteht in dir, in der unsichtbaren Welt. Deine unsichtbare Welt besteht aus deinen Gedanken. Und das, was du falsch machst, und das machen die meisten falsch, weil sie sich nicht disziplinieren können. Und das ist eines der wichtigsten Dinge, die ich dir einfach ans Herz lege. Lerne, deine Gedanken zu lenken und zu disziplinieren, denn deine Gedanken generieren und kreieren die Realität, den Zustand, in dem du lebst. Und du siehst, ich bin gerade noch im Auto, ich habe gerade eine dreistündige Fahrt hinter mir. Und insbesondere auf solchen Autofahrten ist es essentiell, dass du dich nicht hinreißen lässt, zu grübeln, nachzudenken, warum, weshalb sind die Dinge so und nicht anders, warum ist es nicht da, warum ist es damals so passiert, wieso habe ich das noch nicht hingekriegt und warum schaffe ich das nicht und warum mein SP, warum verhält es sich so und nicht so, etc. Grübeln kannst du dir sparen. Du musst nicht grübeln, du musst Fakten festlegen, du musst deinen Endzustand festlegen, du musst deine Identität festlegen und dort fest darin bleiben. Es gibt Tools, es gibt Dinge, es gibt Möglichkeiten, deinen Verstand auszutricksen. Diese Möglichkeiten, diese Tools, die unterrichte ich in meinen Programmen. Aber du brauchst für dich eigentlich im Prinzip selber nur diese eine Sache für dich meistern. jeden Gedanken aus deinem erfüllten Wunsch zu denken. Als wäre die Sache schon Realität. Sie ist ja auch schon Realität in dem Moment, wo du darüber nachdenkst. Deine Realität, wie sie jetzt ist, ist entstanden, weil du so darüber gedacht hast, so darüber nachgedacht hast. Und wenn du etwas ändern möchtest, musst du dein Denken ändern. Und dein Denken kommt aus dir heraus, aus deiner Identität, aus dem, was du sagst, wer du bist. Und wie du dich selber siehst und wie du über dich selber denkst. Und deswegen ist genau hier anzufangen, zuerst bei dir selbst. Denn, wie Neville Goddard auch immer so schön sagt, es gibt nichts, was du verändern musst, außer dich selbst. Und in dem Moment, wo du weißt, wer du wirklich bist, wenn du all diese Dinge lebst und erlebst, die du manifestieren möchtest, dann ist dieser riesengroße erste Schritt getan. Und der zweite Schritt, nur noch aus dieser Identität zu denken, das ist Disziplin. Und diese Disziplin musst du dir aneignen. Genauso diszipliniert, wie du dich an Dingen festbeißen kannst, dran rumkauen kannst, die du nicht haben möchtest, genauso diszipliniert musst du an den Dingen rumkauen und dich festbeißen, die du haben möchtest. Und diese Identität des Schöpfers, die ist uns zwar in die Wiege gelegt worden, nur haben wir nicht gelernt, aus dieser Identität heraus zu denken und zu leben. Und diese Identität sich anzueignen, damit ich dir da helfen kann, biete ich einen Crashkurs an. Wir starten am 1. Juli mit. Geliebt, verehrt und außergewöhnlich. Diese Identität ist deine Macht, deine Kraft und deine Power. Und wenn du aus dieser Identität heraus lebst, alles erlebst, alles denkst, alles siehst, alles beurteilst, als eine Person, die geliebt, verehrt und absolut außergewöhnlich ist, wenn du das verinnerlicht hast, geht die Tür auf und alles, was du dir manifestieren möchtest, dein SP, deine Lebensliebe, dein Lebensjob, deine Erfüllung kommt herein, weil du bist, wie viele spirituelle Lehrer sagen, dann ein fixer, absolut hundertprozentig beständiger, energetischer Match für dieses Leben, das du möchtest. Und solange du das nicht hergestellt hast, diesen Change in dir, wird sich im Außen nichts anderes zeigen können, denn das Außen reflektiert dich, reflektiert deine Gedanken über dich und die Welt. Und das ist deine Aufgabe. Und wenn du da stehst, in dieser Identity und weißt und denkst, wie ein Mensch, der gewollt, geliebt, außergewöhnlich, auserkoren ist, dann kann es keinen Zweifel mehr geben, ob etwas für dich möglich ist, ob etwas für dich da ist, ob etwas für dich gedacht ist. Denn dann weißt du, weißt du zweifelsfrei, dass alles für dich möglich und gedacht ist, weil du hier bist, weil du geboren bist, weil du verkörpert bist. Es liegt nur noch daran, dich als das zu verkörpern, was erfüllt ist, was Fülle hat. Denn du bist die einzige Kraft, die manifestiert. Und du kannst nicht aufhören zu manifestieren. Du kannst nur anfangen zu manifestieren, wie ein Schöpfer, wie ein erfülltes, liebendes, geliebtes, gewolltes Wesen. Und melde dich jetzt an, es ist der letzte Super-Crash-Kurs, den ich in diesem Jahr anbiete. Ein Monat für 999 Euro. Und wenn du in der, wir sind die Weih-Design-Community bist, kostet es nur 699 Euro. Du hast 30% Rabatt. Und es würde sich auf jeden Fall lohnen, beides zu buchen, weil dann hast du nach diesem Crash-Kurs auch noch einen Raum, eine Community, wo du dabei bleiben kannst. So, dass sich das, was du in diesem einen Monat transformiert hast, nicht wieder zurück transformiert, weil du in deine alte Lebensweise, in deine alte Denkweise, in deine alten Ansichten, in deine alten Geschichten wieder zurück einsteigst. und das möchte ich natürlich für dich nicht und deswegen habe ich diesen Rahmen so gebildet, dass alle, die wirklich wollen und die sagen, genau so funktioniert, ich weiß es, ich muss es nur tun und ich muss diese Blockaden, die mich davon abhalten, es zu tun, aber erst mal, ups, erst mal eliminieren, sonst bin ich immer hier im Kampf mit mir und denke mir, ja, aber du bist doch die Schöpferin, aber du bist doch nicht gut genug, weil das hast du noch nicht geschafft und das hättest du doch hinkriegen müssen, bla 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 bla. Dieses ganze komplette bla 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 muss in deinem Kopf bereinigt werden und ich freue mich, wenn du dabei bist, du wirst nicht enttäuscht werden, es wird sehr intensiv und das ist für den ersten Turnaround einfach notwendig. Ja, zum Anmelden, Link ist unter diesem Video und wenn du Fragen hast, schreib mir einfach eine E-Mail oder sonst irgendwo auf Instagram oder hier auch unter dieses Video in den Kommentaren und ich hoffe, dass du diese Reise ernst nimmst, ernster als dein Atem, ernster als alles andere, denn da ist alles drin, was du brauchst und was dir fehlt. Teile, like dieses Video und schau zu, dass wir hier gleich mal die 4000 Abonnenten erreicht haben, denn dann verlose ich wieder gratis 1 zu 1 Gespräche unter meinen Abonnenten. Ja, jetzt geht es hier weiter und wir sehen uns im nächsten Video.